Was wollen eigentlich so, was wollen die eigentlich? Nein, was, so Minderheiten. Nein, was wollen die? Also wenn du mich fragst, dass eine Minderheit ist im Grunde nichts anderes als eine Minorität. Aber wenn du das ihnen sagst, dann wollen sie es nicht wahrhaben. Du, ich frage die Minderheiten, ich weiß nicht, was wollen die? Sind sie sich immer noch nicht wenig genug? Wollen sie noch weniger werden? Du, wenn ich eine Minderheit bin, dann muss ich da so viel Hirn haben, dass ich wissen muss, dass ich die Ursache für die Mehrheit bin. Genau. Vielleicht darfst du dich auf den Witte sie Lemonötij, dass ich bei mir raushey могу. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.